Klassische Chatbots wurden mehr oder weniger komplett geskriptet. Das heißt, das sind so eine Art Lego-Bausteine, Textbausteine, die man dem System vorgibt. Und es funktioniert dann so, dass typischerweise der Nutzer die Nutzerin eine Anfrage stellt und dann versucht das System erstmal zu erkennen, was ist jetzt deren Intent. Möchten die ein Musikstück abspielen? Möchten die was in den Kalender eintragen? Möchten die ein Restaurant buchen? Und dann werden Subdialoge abgespult. Und die Technik, die dabei benutzt wird, ist das sogenannte Slot-Filling. Wenn ich ein Restaurant buchen will, dann muss ich fragen, wann und wie weit darf es weg sein? Welche Geschmacksrichtung für wie viele Personen soll ich reservieren? Und so weiter und so fort. Und das Interessante ist, an der Stelle übernehmen die Systeme die Initiative. Das machen die deshalb, weil die den freien Input von den Nutzerinnen und Nutzern meist gar nicht gut verarbeiten können. Deshalb fragen die uns dann ab. Und deshalb ist auch das klassische Telefonbanking und die smarten Assistenten, die wir so kennen, relativ mühsam in der Bedienung. Diese Systeme arbeiten in einer sehr geschlossenen kleinen Welt. Die haben genau das Weltwissen, was man eben braucht, um ein Musikstück abzuspielen oder ein Restaurant zu buchen. Und wenn man dennoch mal Fragen stellt, die darüber hinausgehen, dann haben sie oft noch so einen Sicherheitsanker, dass sie zum Beispiel eine Antwort dann aus Wikipedia vorlesen. Das sind quasi die klassischen Chatbots. Und die haben eigentlich mit dem, was wir heute sehen, den generativen KI-System, gar nicht so viel gemeinsam mehr. 3 S 4 4 5 7